Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Seuche. Ich spiele mit den Perks Keinen Ausweg, Geißelhaken, Fluten des Zorns, Geißelhaken, Schmerzensecho und Totenschalter. Also wirklich komplett auf Geißelhaken aufgebaut. Außerdem habe ich zwei Adorns mit. Einmal, dass ich meine Seuche 50% schneller auflade und außerdem ein zweites Adorn, welches den Effekt hat, dass mein Erbrochenes schneller fliegt. Was irgendwie interessant ist. Ich dachte, ich nehme es mal mit. Geht ihr dich unbeabsichtigt? Dich infiziere ich auch mal. Dich auch. Ist auch noch gegengebrochen. Geht ihr dich kurz gegen? Zwei Leute jetzt einfach mal schon mal infiziert. Das ist richtig cool. Weil das sind drei Leute, die mir entweder meine Kraft geben. Perfekt. Den Gen habe ich getroffen. Also wir geben... Die eine ist schon wieder infiziert, ne? Mia ist maximal krank. Die waschen sich halt jetzt. Dann geben wir dadurch den Superbrunnen. Und jetzt fang an zu beten, Mia. Das hat dich getroffen. Ich hätte gedacht, das trifft. Ich hätte gehofft, das trifft, meine ich. Habe ich dich. Hallo, Ace. Davon hat nichts getroffen. Schade. Ich dachte, ich nutze direkt mal die Chance, wenn ich schon mal im Power-Modus bin. Habe ich dich einmal. Hallo, Kate. Die lag doch hier, oder? Ja. Die lag doch hier, oder? Hey, ich habe die doch gerade gehört. Leute. Breche ich auch kurz nochmal gegen. Die haben sie aufgehoben. Mein gesamter Druck, ne? Weg ist er. Dort ganz hinten. Ich muss Haken machen, ne? Die hatte sich geheilt, oder wurde geheilt? Weil die war ja vorher nicht infiziert. Habe ich dich? Ja, ich hätte direkt aufhängen müssen. Ich dachte, komm, ich mache jetzt richtig cool und Druck und alles. Aber nee, das war Quatsch. Ich habe ja auch ganz viele Geißelhaken-Perks, ne? Ich war halt so dazu hingerissen, ne? Naja. Hätte, hätte, ne? Man lernt... Habe ich dich. Man lernt ja bekanntlich nie aus. Dort hinten ist noch ein Geißelhaken. Perfekt. Die waschen sich und retten. Jetzt sehe ich alle. Dort hinten läuft noch jemand. Okay, vielleicht kann ich die hier schnell mal noch infizieren. Ja, dort hinten haben wir zwei Leute. Hat das irgendjemanden getroffen? Warte mal, hier war doch auch eine Nia, oder? Okay. Wo nehme ich mit? Der Ace wurde befreit. Jetzt sehe ich wieder alle. Niemanden sehe ich. Dorthin sehe ich die Nia. Die beiden heilen sich dort. Davon hat nichts getroffen. Einmal. Zweimal. Okay, schade. Ja, Ace geht da lang. Die andere Nia ist auch woanders weg. Geh mal mit. Ace geht jetzt hinten hin und rettet. Werden viel früher aufhängen sollen, ne? Ich habe ja ein übelstens Geißelhakenbild mit dabei. Die haben dort kurz eingefasst. Losgelassen. Ich habe mich doch getroffen, oder? Ja. Okay. So. Infiziert. Ohne harte Nehmen. Habe ich dich. Okay. Komm mit. Du, das ist wieder der Geißelhaken. Okay, wir machen gerade gut Druck. Hepf. Da ganz hinten kracht's. Das heißt, da ist ein Gen noch weiter als der hier. Okay, aber hier habe ich wieder gegen getreten. Ja, ich muss nach dort hinten, um weiter Druck zu machen. Um die dort fortzuscheuchen. Die haben halt hier die Gens sehr gut aufgeteilt, ne? Nee, der war es nicht. Der geht noch... Der, dort hinten ist es. Nia hat losgelassen. Sehr schön. Nia ist auch noch verletzt. Ah, die hat bestimmt hart im Nehmen. Nia hat sich sterben lassen. Hier sind Vögel in die Richtung geflogen und setzen sich gerade wieder. Okay, Power. Nia hat sich infiziert. Das war entweder da oder da. Ja, hier war es nicht. Hm. Dorthin ist die andere. Nicht. Dort. Okay, hallo. Klapple! Okay. In einer gerechten Welt, ne, meine Lieben? Harte im Nehmen hat sie jetzt erst gezündet, ne? Habe ich dich? Okay, die Nia kann sich bewegen, sagen wir es mal so, ne? Also ich hätte halt nicht gedacht, dass die so gut einem ausweichen kann. Kein Geiselhacken in der Nähe, daher kommt sie hier hin. Ich meine, ich habe jetzt auch zum Glück schon mehrere Zeichen auf... ...kein Ausweg. ...und hier hinten habe ich halt auch einen Brunnen nach dem nächsten. Einmal. Habe ich dich. Das fiese ist vor allem, die hat die Nia dort berührt und sich dadurch infiziert, ne? Deshalb ist sie jetzt auch infiziert, das ist sehr gut. Müsste ich gar nichts mehr machen. Okay, es lebt noch Kate, aber keine Ahnung, wo Kate ist. Werde ich aber haben, wenn sie rettet. Ja, allerdings nicht von dem Haken, sondern von anderen. So. So. Dort hinten haben wir Kate. Ja, also, sie ist mir halt so ein bisschen reingelaufen, ne? Da muss ich natürlich mit mir holen, was ich kriege. Okay. Die will auch nicht mehr, ne? Na gut, haben wir alle bekommen. Down. Außer sie hat vielleicht noch Entscheidungsschlag, aber selbst... ...damit wird sie hier nicht gewinnen. So. Dahin. Und dann holen wir uns noch die letzte. Die hat vielleicht noch mal einen Entscheidungsschlag, könnte es spannend machen, aber... Ich glaube, wir haben es hier ganz gut runtergespielt mit der Seuche. Fein. Ich finde es aber sehr gut, ne? Ich habe diesen Fehler am Anfang gemacht. Okay, ich bin gierig, ich slugge viel. Lass die Leute liegen. Und das war halt genau das Falsche. Ich habe halt ein kompletten Bild darauf ausgelegt, dass ich Leute aufhänge. Ja, das habe ich verdient. Okay, du gehst noch mal retten. Nee, oder doch? Okay, Kate, dann renn noch mal ein bisschen. Hat die mir gerade ihre... ...hier ein Item hingelegt? Hat die mir gerade ein Item geschenkt? Nee, die hat eins... Okay, sie hat mir ein Item geschenkt. Und bricht es noch mal an. Na gut, das Opfer akzeptiere ich. Okay, die Sache ist, wenn ich jetzt... Ja, ich kann ja nicht das Tor öffnen oder so. Ich gebe ihr jetzt die Falltür. Ich glaube, die Sache ist halt, ist halt Event. Es gibt hier zwei Blutpunkte-Apfergaben. Die kann abhauen. Zum Event bin ich manchmal ein bisschen knelliger als normalerweise. In einer normalen, echten Runde, sage ich mal, hätte ich sie mir direkt geholt. Aber ich glaube, weil halt Event ist, und sie mir eine Toolbox geschenkt hat, eine Event-Toolbox vor allem. Okay. Da kann ich auch mal knellig sein. Aber weh, du nimmst sie wieder auf. Das ist jetzt meiner, ne? Meine Event-Toolbox. Ich muss sie im Blick halten. Ne, sie hat sie mir überlassen. Sehr gut. Na gut, jetzt hau ab. Sonst breche ich dich noch mal voll. Ja, aber schön. Eine darf ja mal die Geschichte erzählen. Aber eine gute Runde. So. Habe ich in der Jagd die Sachen zerstört? Ich hoffe, ich habe jetzt mal ein bisschen mehr aufgepasst. Ne, habe ich nicht gemacht. Mist. Na ja, gut. Egal. War eine gute Runde. Überleben haben gut gespielt. Das ging halt übelst ab. Also, als ich dann direkt den, die mit dem brandneuen Teil, habe ich entkommen lassen. Ne, egal. Ne, als ich halt, ganz am Anfang habe ich halt irgendwie verhauen und hatte nichts davon, aber dann einen Geiselhack nach dem nächsten. Gerade hier, um Fluten des Zorns, war halt super auf der Seuche. Ich wusste ständig, wo alle sind und alle waren halt verletzt. Oder weil ich halt viel meine Kraft hatte, weil sie sich viel gewaschen hatten. Hatte halt meine Kraft und konnte dadurch immer wieder Augen aufspüren und Leute mir holen. Lief gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.